Schaui, Leute. 5, 4, 3, 2, 1. Michael, bitte rein. Das ist nur von einem Dreiseger-Schwein. Hey, kein Zwischenzimmer. Hey, Million. 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 Es ist Juni. Million. Es ist erst Juni. Du kannst doch nicht open-Grenz machen. Ich brauche eine Club-Tour. Ich will doch wirklich nicht mehr. Das ist so viel. Mit meinem Traumleben. So lächerlich wirken. Ich muss euer Intro nicht schmutzen. Wir werden so... Wir werden so... Ich bin inzwischen vollgemacht. Herzlich willkommen zur 4. Folge Eike Dyska. Und heute ist es soweit. Unbegrenzte Price-Range. Wie ihr gerade gesehen habt, hatten da einige Leute Probleme, direkt auf unbegrenzt zu gehen nach 4 Folgen. Die hatten sich die Zwischenfolgen gewünscht. Aber wir haben uns an den runden Tisch gesetzt, verhandelt. Und zwei Simons haben sich durchgesetzt und haben gesagt, ab heute, unbegrenzte Coinzahl. Es wird ekelhaft, es wird ekelhaft. Richtig und richtig. Moin Teezy übrigens. Das ist deine Mann über 60 Wochen. Dich. Dich. Lassen alle einen Like da. Endlich unbegrenzt. 14 Uhr Folge bei Teezy Up checken. Ich möchte heute wirklich die Likes eskalieren sehen für dieses VW. Weil heute... Ich glaube heute wird der erste Verein so ein bisschen gen-tot geführt. Bei mir für uns ja. Wir gehen rein, würde ich doch direkt sagen, oder? Was sollen wir sonst sagen? Wir gehen rein ins Drop. Da musst du mir gar nicht viel erzählen. Check das Video bei Teezy Up, gib ihm. Ach, die Mau. Und ich glaube, ich habe endlich mal eine gute Formation. Wir gehen die hier, ne? Ich habe eine gute Formation. Ich kann damit arbeiten. Die ist sogar besser von den Links. Wir gehen die. Die ist besser von den Links. Ich kann damit arbeiten. Freunde, ich werde jetzt so arbeiten. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich werde so arbeiten. Na, hau, jetzt macht er die Scheiße. Nee, da baust du es. Jetzt macht er diesen, Alter. Waffe, Johan. Waffe, Johan. Jetzt macht er diesen. Ist zu teuer. Jetzt lass mich nicht so hängen, die Mau. Was mache ich denn jetzt hier? Ach, Hopp, das ist jetzt richtig dreckig. Das geht auch in deinen Account. Richtig. Ich baue voll Premier League. Krieg mir die Bayern-Opfer. Scheiße. Come on. Gönn mir ein Rating. Ja, Brota. Musst du. Ja, Brota. Ach, danke. Du bist wieder eingestiegen ins Boot. Come on. Ich bin der Mann hier mit. Du musst Groß eigentlich mitnehmen, oder? Scheiße. Die scheiß Bayern-Spiele. Ach, Fuck. Ich habe Suchuk nicht gesehen. Oh mein Gott. Ich habe Suchuk nicht gesehen, Leute. Tut mir leid. Ach. Ja, hier, ne? Scheiße, was du baust. Come on. Ja, ist richtig scheiße. Super. Ich brauche einen Stürmer. Ich mache jetzt mal eine neue Pfeife-Taktik, Freunde. Ich hole mir jetzt erstmal den Stürmer ab. Den Ersatzstürmer. Ich denke, warum gehen die jetzt aber auf die Pfeife? Ja, weil ich nimm den mit, ne? Oh, Baby. Ach. Aber wie baue ich denn das um dann? Ja, muss ich ja irgendwie umbauen. Oh, Baby. Nimm mal den mit, oder was machen wir da? Stabil. So, machen wir es so. Da passt ja noch gar nichts, ne? Es kommt aber nichts. Let's go. Oh, durch alle Sonnenheit. Geht man den. Aber ich denke, wir müssen aber eher auf die... Ja, könnten wir eigentlich stellen, oder? Aber das bleibt ja nicht. Kommt Messi vorne, das kann man noch nie durchboxen, da, oder? Ja? Ja, man weiß es nicht. Ja. Aber jetzt... Ja, erstmal auch sicher. Nimm den mal mit, dann ist er auf jeden Fall tot. Ist er auch durch, oder? Ja, komm. Wir gucken mal, wir gucken mal. Eieieieieiei. Das ist Serie A noch irgendwie zusammenkriegen. Hätte schon was. Mitnehmen, oder? Ja. Ah, wir haben... Wir hätten halt auch Stirling dafür, auf die andere Seite umzukrempeln. Mit Mount und so. Mhm. Könnten wir halt auch machen. Torwart steht ja. Ja, mach mal das, komm. Ja, mach mo. Können wir auch hier irgendwo drauf an. Erstmal Torwart mit den Jungs. Den anderen kann ich ja komplett rüber tauschen. Welchen? Den hier? Ne, ne. Achso, du meinst. Ja, 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 ja. Männer. Männer, ich heb die an. Ich geh auf Nummer sicher. Okay. Das ist Grundgerippe. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wichtig und wichtig. Wichtig mal jetzt. Oh, guck mal. Jetzt kann ich, kann ich noch Serie A nehmen theoretisch. Hält mal halt auf den hier. Guck mal. Serie A geht noch. Den Franzose. Könnten wir das machen. Oder halt Pogba irgendwo in die Mitte. Aber da bringt uns halt... Boah, Pogba wär auch gut, ne? Aber halt dann ist das Ding vorne komplett leer. Das ist sogar besser. Das ist perfekt. Für welchen Weg? Ja, dann können wir... Guck mal. Brasilien, Brasilien. Franzose würde hier rüber nehmen. Ja, äh... Ja, aber Schneider ja auch nicht durch, ne? Ne, aber... Da ist so viel Goldscheiße drin. Ja! Aber was soll man hier mitmachen? Sammaximin! Undoing! Ich brauche ein ZM. Ich brauche ein ZM. Was machen wir? Boah, ich hab schon wieder kein Rating, ne? Ich hab schon wieder kein Rating. Ich hab schon wieder kein Rating. Vergesst, was ich gesagt hab. Was für Liga ist ne andere, wenn der Name dran. Vergesst einfach, was ich gesagt hab. Was ist das für Liga? Freigreich. Sicher. Ja, ich hab zwei. Was, Junge? Wir müssen jetzt mal hier irgendwie ne Runde reinkriegen, ne? Hab doch Rating, alles gut. Ach, Digga, was ist das denn? R.M. Könnt ich mal die Seite der Opa auflösen. Müsst halt Messi raus, ne? Bobby vorne rein. Michal auf Premier League umcremeln. Ach, Schmutz, oder? Wir können doch nicht so was Schlechtes da mitnehmen. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Okay, jetzt sieht der Projekt echt scheiße aus. Das ist echt geiler gewesen, ne? Die Rating. Es kommt noch, es kommt noch. Weil wir hätten... Guck mal, wir könnten doch auch... Ist das da? Das da? Und dann so irgendwie. Das kommt noch. Das kommt noch. Das kommt noch. Das kommt noch. Hä? Was soll das denn? Gönn doch ihr Fandom. Ist doch gut, ist doch gut, oder? Das war ganz wichtig jetzt. Jetzt mach nur... Könnt ich eigentlich schon Mount in die Mitte ziehen. Ja, genau. Und jetzt, äh, Messi auf RF. Naja, jetzt kommt mal Bobby vorne rein auch, ne? Guck mal doch mal. Das ist jetzt scheiße. Lass mal gleich gucken, lass mal gleich gucken. Aber es ist schon mal ganz gut. War richtig wichtig. Digger. Äh... Der ist Bremia League zumindest, was geht ab. Soll ich es nicht. Haben wir einen RF aus der Bremia League? Ne, aber Sterling könnte man dann halt auf RF setzen. Ja, ich bin durch. Okay, brauchen noch. Tja. Ah. Also für unbegrenzt. Beste. Beste, ne? Ich weiß ja nicht. Ich krieg zu viele Goldkarten heute. Gibt's auch noch mal mit IV. Gibt's noch mal irgendwas, dass wir... Puh, scheiße. ...tauschen könnten. Und 6. und 7. check ich mir nicht raus. Den könnte man noch reinmachen hier. Den könnte man noch reinmachen. Den könnte man noch reinmachen. Der ist aber von Marseille, ne? Ja, passt ja. Spanien halt, Frankreich. Könnt man rübertauschen mit Dingen dann. Neun sind wir... Ich hab ein bisschen Angst. Ach, Digger. Ist das jetzt schon unbegrenzt? Ja. Ah, wir könnten aber noch. Jetzt haben wir kurz... Durch die Stufe! Ne, das sind ja nicht unbegrenzt. Das sind aber 5 Millionen. Nein. Das ist doch das Rückspiel. Nein. Das ist unbegrenzt. Wo bist denn du hängengeblieben? Scheiße. Da brauchst du so eine Scheiße. Gott, ist der am Boden. Was soll ich machen? Ist der am Boden. Ja, ich bin fertig. Meinst du auch scheiße? Ja, wir holen ab. Scheiße. Digger, wo hängst du denn fest? Ja, ist richtig scheiße bei uns. Was habt ihr denn? 189. Ich auch. Das ist ein Schlecher. Was ist denn das für ein Schwachscheiß heute Morgen hier? Okay. Wir wissen ja was du tust. 50k weg. Ja, du gibst Kommando. 3, 2, 1. Oh Gott. Was hast du denn? Was habt ihr? 82er. 82er. Ich hab 87er Trend, Arnold. Digger. Ja. 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 Geht auf den Transfermarkt. Unbegrenzt. Oh Gott. Oh Gott. Seid ihr drauf? Jo. Sieht's gut aus? Oder sagst du ekelhaft? Mach einfach, verdammt. Hätt gern die 5. Acht. Jaaaa! Verron für 119. Gutes Format! Hilf mich euch! War was Gutes dabei? Nö, war nur Scheiße drauf. Perfekt. Okay. Der Baron geht weg. Broski, dann ruf einmal noch kurz, bitte. 5 Millionen. Ich finde es schade, wie ihr das ins Lächerliche zieht. Als ob 5 Millionen für euch nix sind. Traurig. Und davon von euch zu Simons distanzieren. Nein, 5 Millionen ist nicht viel. Weil 5 Millionen ist für mich viel. Ja, ist viel. Aber du kriegst ja nicht. Was haben wir jetzt? Ich distanziere mich. Bei Broski, bei uns auch auf der Folge, wenn ihr 5 Millionen diskartet. Da hebe ich dann auch die Hand. Aber ist ja eh unbegrenzt. Ich distanziere mich. Ja. 5 Millionen! Tschüss. Coole Folge. Ciao. Ciao.